Jede Rebbe, jede Röscherchiebe, jede Tate Mama wünscht sich zu haben an so eine Kinder wie jetzt. Es gibt jeden einen Fahrrad. Das ist eine basic Sache. Man trachtet nicht, ob es in Sachen, wo es jetzt geht, weiß keiner nicht. Wer ist der Weiß von Eng? Die Eltern. Die Eltern wissen, wo es jetzt geht. Keiner weiß nicht, was es gibt wie die Eltern. Es sind glatt, jeden Tag. 24-7, Shabbos, Yontef. Sie gehen jetzt durch die Schöne, Jem Kippur, Sikas. Wer ist gewähnt, es ist gewähnt. Die Eltern sind gewähnt, in der Heimbuch, in der anderen Kinder. Mir geht mir los, mir ich will los, mir auch los. Keiner kann sich ein Stück lachen sehen. Noch was denn, es ist vergesst, ob es die Rebbe und Schleuen vergesst nicht. Es sind die größte Nostnummer in der Welt. Die Kinder sind in den Stiebern, die sitzen in den Hospitals und bringen Schmeichel auf die Kinder. Die Bilder gehen nicht daraus. Für die Kinder, die sie geschmeichelt haben, haben sie geschmeichelt. Am nächsten Tag haben sie alle wieder gewähnt. Was gucken die Eltern? Die Eltern gucken auf die Bilder die ganze Zeit. Man schleumelt, man jankelt, man kann geschmeichelt. Nicht zu glauben. Das bleibt bei seinem Kopf. Und das steht jetzt. Keine Kenntnisse nicht hin. Nicht keine Memorials, nicht keine NYUs, nicht keine Kolumbias. Keine Kenntnisse nicht hin. Nur das. Schäfer soll ihnen helfen. Es hat alle mal das Lehrsamen, es hat es Chassen oben, gibt die Kinder, feine Waber, gibt die Pannusses. Und das sind die Future von Klau Yisroel. Each one of you. Each one of you ist die Future von Klau Yisroel. Die alle Möisters, die alle Sachen, für die Kapi, die jeder macht und jeder macht, kommt in die Kredits. Schäfer, helfen Sie zu machen, dass Sie allein nur gesundheitlich sind.